Wir werden in ganz, ganz wenigen Augenblicken des Landes- und Bundesjugendlager 2013 eröffnen. Löffel und Start! Schenk uns mal dein besorberstes Lächeln. Löffel und Start! Einfach, dass wir, wenn was ist, dass wir helfen können. Weil ich später zur Rettung bin. Dass man einfach, du selbst sein kannst. Spaß. Aus gesamten Krieg, das ist also cool. Das ist ja eigentlich eine super Stimmung. Und es macht mir so viel Spaß. Es geht immer darum, helfen. Weil es lustig ist. Und weil man lernt, dass wir nicht leicht sind. Das sind alles super. Seit sieben Jahren. Seit fünf Jahren. Weil ich bin jetzt schon fünf, sechs Jahre bei der Jugend. Ein Jahr. Und zwölf. Halb, zwei. Ich bin sechs, sieben Jahre alt oder so mittlerweile. Seit fünf Jahren. Nur seit ungefähr einer Woche aktiv bei Rotkreuz. überennsteht. Lernsteoriebrief. Untertitelung des ZDF, 2020